meyer live steht jerome to pass live naja ja erst foto an den turn scheint auch zu klappen das ist super dann herzlich willkommen video chat vom joholing und michael hast du michael klappt alles momentan de pascal hast du pascal vier sätze mit nur sätze sarah moyer jeroen du bastner der lang super nachschiet als orto merci fantastisch sechs leute gucken ja die video chat das immer bis zum relax ist nicht so offiziell gemacht kameran in 23 das auch besser am zoom also mal so groß nein kannst du schick gerade er hat gesittert an du ob der foto ja kann aber so war da du ob der foto gesitzt als da den auto oder wird kinder nachsehen fliege oder boot oder schießen der buch wat gesittert du ob der schöne foto du war das da hat mir das da hat es da hat es da hat es da mann grond das ist ein foto die uns auf ansplash fand ansplash ist definitiv ein für meine lieblingszeit auch schon wieder wenn es da hat es gibt es gibt es gibt es gibt es gibt es geht es gibt einem Ich weiß nicht, wo du am Original schreibst du mal ein bisschen im Kommentar, da wird schon ihnen etwas geantwortet. Oh, den Alexandristo. Ah, so passt der Alexandristo. Tigran er sucht du. Tigran schreibt, dass er ein Footballer. Nee. Falschmange nicht, he? Alexander schreibt, das ist die letzte Fußball-Nationalmannschaft. Oh, das ist aber gar nicht lief. Michel schreibt, dass ein Gorilla ist im Soccerball. Lachsoll schreibt, Moyen. Und Sarah schreibt, ein prehistorisches Fußballer. Äh, ja, also da ging ich auch so. Äh, das hier ist definitiv Fußball. Und hier haben wir drinnen. Äh, das weiß ich nicht so richtig, he? Also da ist ein Aff, also der Gorilla, also der Schimpanz. Ist schon ein Foto, ob an Splash. Und an, ich weiss nicht, da steht Display Capture Pick. Da müsst ihr dann so. Ja. Voila. Und da steht ja dann, äh. 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 Tü, 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 tü. So. Da steht, da. Kopenhagen zu Friedrichsberg, äh, an Dänemark. Dänemark. Zu Kopenhagen, an Dänemark. Äh. Ja. Ja. Also, das ist gratis. Die Foto. Vielen Dank. Und für ein Stück geholt. Weil wir, äh, an dem letzten, äh, Videochat. Ja. Da hörte wir, äh, die berühmten, äh, Säts. Äh. Vier Säts, man nur Säts. Äh. 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 panze farm war schon ich kann ungefähr 40 jahre sind dafür jetzt schon französisch kann lehren schon acht jahr frankreich gelieft also französisch aus lohn mit mama sprache schweß mich mengen die brujere mich nicht schlecht am französisch in vier satz mann oder satz an englisch im panze farm sorry also so geht mein französisch nicht mehr für die letzte bäude muss er dort können das ist ein programm olga schreibt aktivitäten an der quarantäne richtig anders ja dann kommen wir zurück dann bei uns berühmten text von der letzte kehrer und ich hoffe dass ich das kehrer ein bisschen besser kann helfen also da gehen wir zurück wie geht das schon mit du ja da manchmal mit kamera wasch weil er ist die josie und das die josie josie braun in das bekannte lützebeuer schriftsteller auto aber kann der das famous konu das bekannten der adjektiv steht links adjektiv epität schriftsteller aus männlich den entfelde wäsch ich habe heute gedichten und erzählungen auf deutsch verfasst redigiert he wrote mit ihnen heute immer mehr blitzebeuer ist geschreven vielleicht kreide plus und plus sozial kritischer satirisch texter theaterstücker texter ich habe die letzte war ja geschichte kann er auch schon ein bisschen und vieles mehr many more books beaucoup plus beaucoup plus de livres die josie braun hat sich auch ganz stark für den gebrauch von der lützebeuer spruch agesat hin und sich agesat it said investi so he was spent a lot of his life fighting for our language working for our language investing himself das vielleicht besser wie fighting fighting also agressiv an a fil le proje n proje n proje n ze l'est pas me croire mais le t n'est pas prononcé we don't pronounce the t an des im bereich stativ mat gewirkt donc il a contribué merci de gebrauch l'utilisation the use of the luxembourg language so he was promoting the use of our language mei leider aus der josie braun gestorben meia spesale olo nämlich is josie braun are you oui is min il us zu vorstellen de oo ist ha cara fid si go wirklich du sie da schon sehr viel fünster und ob das immer derzeit was wollte ich gucken ja ja wikipedia schon fand ja anders geburt 2012 für am mai schon acht jahre schade problemen zu den urgangsten 2000 da ist sie gut mit dem ins gehen aber bei mal war der kontakt mit mir so wie sie da aus den aktivitäten kann ob ich nur doch viel lieber da ist schreif weiß publiziert so dann setzen stadt an der video chat können sie nur gucken kommen wir dann zurück bei sein text das ist dann heu an den nächsten vier satz mit nur satz auf vier satz da das war dieses vier hält dank c'est ein proje kann es sei der fährt zu project that you try to achieve goal anbiet an usa hat es mengen dat was am einfachste von der stadt übersetze mat post script um an den nur satz denn als da das denn nur satz dafür steht er noch erklär machen ok tischte das wurd spiel ob 4 first and the new after oder seien audios datei meyer oder brauche stadt 14 zu lesen dann man ja ein speziell stimmen die stadt 4 lest und dann machen wir dadurch dass 185 moment schön durst dann schalte ich stein und nicht so weit und dann lauscht doch mal den text vier satz macht nur satz das frau jahr an al kilo den ich zu viel näs und die muslo wäsch du christio kein bockst mir unn täsch lo de baddie bilden an opregime zu gohn kei beja mitzudrinken als ich alder zu sohn muur fielste dich auch besser du bass och mann amit da könnt all energierem du bass neist total fit eschumma schon zu handlen an och e sprangseelkaaf am moores firusiven getgleich en tue geläf dem bov seien alle willu ma nisch für mich andrei eng drissisch kilometer pro daag sie spiele rei drei bischer matiäten lein zunter guscht der brett ich holen drissisch punt auf do maag nisch all wet ich feiere flottabellen stehen all der ob davo ich sind diszipliniert dat klappt das goe kein froh so dat arselo geschreven du robb e quetsch wird strass wel muur aß die verboden wel muur da gehtet lass das zeile sind zwei meintal haut schaffen ich neis drun ze sind nach immer richtig wel muur fänken ich un vier sats mat no sats das frau jahr an al kilo des toller nixoom wird klopp also dass frau pay ot prend ans bring an hin zu viel kilo manna he became too fat all the kilos they need to fill the mousse has to disappear so that you don't you cannot put anymore you cannot dress with a hem or with a trousers also you have no hem and you have no box and you have to look that everything is too thick he became too fat too big so bodybuilding regime no more beer and every day you have to say to yourself every day I have to say to you more feels that it is still better tomorrow it will be better you have to be very tired less tired less fatigued you can have all energy energy comes back panzeric the bus is totally fit mid fit a chumach from 2 handlen he is in handlen handlen and a sprangsel a just sprangsel calf amores 4 o 7 get gleich a tour gel off so before 7 he runs around the block avant 7 o'clock he will courir on tour a quartier Auf sein alle Velo, heute ist der Velo, aber das nicht sein Velo, das ist ein Bof, das ist ein Vieh Velo, das ist ein Fies. Man ist für mich ein Drei, ein 30 Kilometer pro Tag, das ist Spielerei. It's just a game, that's easy, easy peasy. Also ein Spielerei. Drei Bücher, ein, zwei, drei. Die Diäte Leyen, die Leyen und die Flore sind jetzt bereit. Ich will ein 30 Punkt auf, da machen ich Alvet, je parie, I bet I will lose them. Ich feiere flotte Tabellen, donc feieren sie, ich will manage, ich will gérer die Tableau, Excel, super, nice Excel sheets. All der Octaveau, Donc, tous les jours sur Le pace, personne, on dit comme ça? Ou la pace, la balançoire. Every day goes on the, do you say balance? Ich sindisciplinär, that clopped, that does, that us, that is no questions. That clopped, it will work, ça va réussir. Pas de question, it will work, no question that it will work. So, da das lo geschrieben, donc, il ne hat alles geschrieben, obgeschrieben, he wrote it down, il a tout noté. Dorop, a quatsch, für die Strasse, die Strasse, da das sei, he, il va boire du liqueur, quatsch, strong alcohol, weil moi, als die verbunden, tomorrow, it will be forbidden, de masse sera interdit, weil moi, da geht es lass. I look at the no-sats, also as the fear-sats, I look at the no-sats, a clamberen, this style is in 2 main, these lines, they are already 2 months old, Céline ont déjà 2 mois, haut schaffen es schnistrun, donc il retravaille son poem, he will write again, he's reworking his poem, it's still true, because tomorrow I will start, c'est toujours vrai, parce que demain je vais commencer, voilà, balance, wo, scale, pace person, voilà, eng wo, und da weißen sie hier start, eng wo, hello, d.hallo, wo, wo, wo bist du, eng wo, e, une balance, e, scales, yeah, the balance, the scales, and the scales, the best thing is to show you a picture, a picture says more than a thousand words, doesn't it? photo, die plus que die mille mots, voilà, aya, aya, person, qui a demand, monté dessus, j'espère quand même que vous allez comprendre ce que c'est, also, data, 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 seng wo, okay, stellst dich dort rup, und dann, seiste, ah, ich war ja 50 Kilo, 87 Kilo, 100 Kilo, und so weiter, äh, weil, äh, Alexandre, Lassol schreibt, merci, we can all relate, ja, richtig, what you, äh, weigh yourself with, richtig, weil, mua as de verburden, verwandt den, dem, den, as, ver, worden, aloch, froh as, vien as verburden, hu is, verbitten, what is forbidden, den, den, den as verburden, also, ging es so, dass, den, nominativ was, wen as verburden, den as verburden, nicht den dativ, den, 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 er, er, ist verbunden, den, ist verbunden, den, den, alkohol, den, as, mua, verbunden, so, alkohol ist verbieten von tomorrow das nicht mit wir richtig ich kann auch so ein nominativ den aus verbunden vier satz mit nur satz wunderbar und nach ihnen froh als der soweit klar dass ihm eine das so ist und ihm verbunden schon ihm verbunden zu kommen da ist es schon ihm verbunden wir haben den alkohol als verbunden das ist wie wenn es um den alkohol als schein den alkohol als teuer den alkohol als verbunden voilà das war die Geschichte vom vier satz wie fand ihr dann dem jossi braun sein text how do you like his text let's rate jossi braun vier satz mit nur satz den text also sich den text ist okay mit dem titel wow ja das ist schon ein bisschen mehr wie A2 weniger extremst bescheidener Meinung da nun mal seit 125 nach so einem Text über die Gesundheit die zwei Brüder Michela, Luc, Guillaume, Huna, Mio 2005 und Leve Geruf für zu so mehr Musik zu machen hier Band nennt sich Doppelgeister weiter membren von dieser Lützebäuer Musik-Band sind die Bob Leich und die Laurent Peters sie machen Musik ob Lützebäuerisch als sie für hier witzig Liedertexte bekannt und da steht hi, du hast kleine Stärchen also hi freie ersten Dippelgeister von Haus zu Haus gänge für Dippen oder Löffelsgeschirr zu flicken Lechsoll schreibt mir gefällt den Text okay ist das mich verbunden oder ist das mir verbunden wir sind echt mir guf verbunden ist das mir verbunden mit dir zu schwätzen wir sind ich krut verbunden ja, das ist das ich krut das verbunden ich krut das ist passiv ich krut verbunden ich krut verbunden mit meiner Ex-Frau zu schwätzen so I'm no longer allowed to talk to my Ex-Wife to my former Partner ich krut verbunden mit meiner Ex-Frau zu schwätzen Sarah schreibt guten Text ganz realistisch geschieht Michel-Fried geschirr Alexander-Fried mahn ich für mich mahn das ist das selbe wie machen ganz genau das ist eine Dialektalvariante ich so noch mich ins mahn machen also so lang moja geschirr das sind Instrumente ein Löffelsgeschirr das ist Spoons Dependent das ist äh wie gesagt äh 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 Löffels Oh, das wird hier auch nicht geschrieben. Too bad, so sad. Ihr dürft alles verändern. Für Drogen wird es auch geschrieben. Hier wird es auch geschrieben. Das ist super. Synonym besteck. Englisch. Cutlery. Also, an einem Franzischen. Couvert. Ustensil de table. Obgepasst. Das wird As betroffen. Das wird As verbunden. Das wird As betroffen. Obgepasst. Das kann die Polizei. Fantastisch. Also, das ist Löffelstück hier. Und dann wird es ein Doppelgeißer. Ein Doppelgeißer. Le Rettameur. Das auch. Bon. Ich werde euch das. Ich werde euch das. Ich wusste nicht, dass es ein Rettameur war. Ich wusste nicht. Ich hoffe, wir werden nicht alle meine Doppelgeißer. Merrittameur. No idea. Ein Englisch. Ein Tinker. Oder wie du es? Tinker. Oder wie du es? Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Es wird er das in Tinker. Pages have horses. Ich lade es. Ich habe es schon vergessen. Ich habe es schon vergessen. Die haben die Doppelgeißer. Die haben die Dippe gefleckt. Das war für ein Made in Taiwan. Made in China. Nee. Made to him. Tinker. Yes. First one. Merci. Partizipativ gemäht. Du kannst so nicht machen. Das ist auch gemäht. Auch gemäht. Ja. Olga schreibt. Witzeschaft auf Oua. Funny but true. My life story. My life is sad but true. Ja. Also das waren Doppelgeißer Freya. Those were the days. Ja. Kev ist wat Loretta Meur asked. Wurde asked vom Nonsengduhronat. Moyen Robi. Ein remouleur. As Giselle noto. Muanessa hasto. Muanessa. Wubastu. Me machen aldi testa. Oumianel. Du kannst ni on de zoom. Comment je vais faire pour les tests avec vous madame. Faites moi sign. Envoyez un mail. Il faut téléphoner. Ja. Mais merci Muanessa. Das ist kent. Ja. Giselle as ne tu. Kei Giselle de nuvent. Promiere video chatka loup. Wat vollde ich lovaisen? ah ja mit dem Doppelgeißer also die Gruppe die heisst das das ist der Name der Gruppe Doppelgeißer und die Lieder sind witzig so they make funny lyrics, ils font des chansons drohls und das stimmt der fand die auch auf YouTube you can check it out Doppelgeißer auf YouTube das können wir eigentlich auch direkt machen ich meine meine ich bin in der Klasse und ich hatte kein Internet share screen share screen share screen also da ging ich auf YouTube 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 O Doppelgeißer Doppelgeißer Oder vielleicht der Teilhied kann ich zum Beispiel. Ich liebe Naske Kischelchen, schreibe da dann der Büschelchen. Und ja, 27,000 Mal geguckt. Pick up yourself, word up. Du P.D.D. für Lützebüsch. Du bist so. Und ich liebe Naske Kischelchen, das heißt, Life is no cookie. La vie n'est pas un biscuit. Wie, dann geht es Leben aus. Hört. It's difficult. It's painful. Das gekischelchen. It's a hard life. La vie dure. Ja, fett Sinn. Möte Männer umstehen. Geld regeert Welt. Kutschi, kutschi, kabana. Das ist auch witzig. L'argent domine le monde. Money rules the world. Geld regeert Welt. Oder Ob japanisch, kanua, chikara, neri. Und das ist ein Anathlet. Der Bayer lebt immer. Boah, also der könnte, das ist ein ganz, ganz interessanter Lieder. Und das ist ein 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 firmware. Und das ist ein journalistischer Dar going. wo ich vor Parley voilà und e-mailen moi e-criven moi ein Mail sende mir ein Mail ja und ich habe es vergessen das ist das und dann kommen wir zurück bei den Spurzlid ja das ist dann das Lid von Hinnen meinst du dann mal Ramon äh das Problem ist das Audio-Datei an Musik du siehst du super super mega streng bei Youtube dafür könne man das lohnt lauschtere äh lo sind doppelgeistert Missionär und ich fundier zu dir kommen auch froh gläuf dir o Gott an der könnte Jogo-App meuren ja fantastisch ich sind auch ein Doppelgeister ich gehe von Computer zu Computer willst du mal mir letzte Boah ich lehre wann ich gläuf boah also Spurzlid ich lehre schon am Schaaf verschtepst sechs grader bausen wad enghützt den jogging posture lagnet me dem blick am spiegel den däte wei magnesium magnesium pour se doper das tuten alles mais il arrive plus à se lever du lit he cannot get out of the bed one leg and then oh everything hurts krön und die tschöft non und die pip how'd you say oh dear oh my dear der kramp am Knie kramp und die kam so kramp am Knie kramp in the knee knapsführend a fish to die von over kent eng dusch oh wie schütz und schmier a se ram ob kusch i wold raus sport mach go me du rendet it was raining outside all retou ob kusch kanap em oldem mond got sport gemam am keele club beim wird verletzungen sind ausgeschlossen solange min fra him viert oh sag him se magnifikt and dann em oldem gott sport gemam mat ham fritten salot muskel korda gudet net just boutique mol am stod also mam keele club sa se son sport keele club haido bowling muskel korda in k muskel korda me vad as muskel korda go commandant muskel korda muskel korda muskel korda steht da dran nee wie konnte ich nicht mehr wie konnte ich hoffen dass das ging drastung also am englischen stade mas saurne muskel korda et en français c'est la courbature et très courbature et je prends plein de choses lach sol frites spade vier gang adept geyser goet fro smuss me gross hat a fro die mes di war bauer fermier soweit schweiz mais definitiv keng zoon an da fem no money in the family so i don't know why not poor pas pauvre mais net reich moja jeroom du zolt let's boya bibel kreire en daga stup dup geyser di ge de chorn bibel pung leloo boutique moul am stout stout c'est le ménage de household a boutique c'est quand y a des engelade when there is trouble in the household le charme musculaire voilà so and there out in front of the door because people would say oh this old bike cette vieille ce vieux vélo 3000 gedreit 3 3000 2000 euro gedreit c'est pour que ça arrive 3000 gedreit je c'est 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 3 1000 euros mais je c'est en garage le best out de chafe super good out fit mega t-shirt alles. Es könnte nicht drinnen und hängt juste am Schaf. Je le laisse dans l'armoire. Er lebt in der Klasse. Ich bin ein großer Optimist. Ja, falls ich wirklich fuhre, Mist. Si jamais je devais un jour. Knapp sie unterfiecht dir, nur wir können eng dusch, wie schuhe, so nicht mehr als euren, ob die Kusch. Er tränt. Sorry, ich kann nicht fuhren, sei gefährlich. Allez, kann er peterli. Im Oldemount gehört Sport gemein, am Kehleklub, am Wirt. Verletzungen sind ausgeschlossen. Les blessures sont exclues. It's no possibility that I harm myself. Kehleklub. Solange min frau hier im fährt, c'est la mame, l'épouse, qui le ramène. So, his wife's driving home. Im Oldemount gehört Sport gemein. Mat ham, fritensalot, muskelkur, da gehtet net, just boutique, mol am stot. Voilà, das ist jetzt lit. Also, lauschtetet, das ob dat CD. Ich weiß nicht, ob er im Internet ist, aber das ist definitiv auf der Internetseite vom INL, Institut Nationaldelegung. Hör den engfro. Da gehtet weiter, Seite 126. Oh, ein Klangwiederholung. Maja, das ist ein flottes Spiel. Das machen wir überhaupt nicht. Also, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Können wir das wiederholen. Äh, das ist auch, für meinen Schüler, für meinen INL, das ist das, was man wahrscheinlich wird machen am Examen, am Test. Ich kriege das auch etwas, und dann muss ich darüber sprechen. Das sind alles Themen, die man lobehandelt hat. Und tous diese Sujets, man leser, äh, abordé, analysé, lors de ces dernières semaines, mois. Wo willst du beschreib das Bild? Äh, erzähl von in der letzten Vakanz. Was ist das zuhört? Was ist das zuhört? Rendezvous an die Lehren. Du musst bei den Doktor gehen. Easy stuff. Und da könnt nach der persönlichen Evaluation machen wir nächstes Jahr. Das könnt ihr präparieren für Minden. Und da könnt ihr da so, ich kann über die Freizeit sprechen. Ja, äh, nee, ein bisschen normal oder schlecht. Du musst dich selber evaluieren. Eine persönliche Evaluation. You become your own teacher. Your own examiner. Und da könnt Wiederholungskapitel haben. Könnt nicht noch, it's made nothing new. We're mad at ever noch. Boutique viert an lucht. Blamage in hand. Ja, a disgrace. De Boutique viert an lucht. Ich weiß wel nicht richtig wie das logemengt war. De Boutique viert an lucht. Du war so etwas. Ah, just Boutique mal am stod. Ja, das für zu so in hoi. In hoi. mit Sport. In hoi. Muskelkoder. Kei krampsche. me. May Hein Stuart stride Mottafra. Sometimes he has trouble. Sometimes he like a bridge over troubled waters. Donc des fois il y a apparemment je sais pas je vais pas marier mais apparemment dans des mariages parfois il y a des disputes. Apparently sometimes in marriages there are fights. So I can't believe. John Lennon or Woody Allen he said you marry to solve problems you didn't have before. Vous vous mariez pour résoudre des problèmes que vous n'aviez pas avant. Nice. Bon euh Dan je veux des chants raps clang s weizen fait des vous veulent entraîner raps de 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 m'ahe raps de de gînes an de internet de chun et pas neu es entwickelt bah des lundet riecht schnoy an de m'ahe vanda l'eau de kent jo all m'internet seit exercice puncte l'eau de gîder jo al de chén Ich habe schon nur eine andere Seite gecreëert. Ich bin jetzt noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe mir gedacht, die Schüler von mir nicht, die haben schon einen Examen. Hölle finden, help them. Auch wenn die Internetseite noch nicht bereit ist, dann könnte ich sie vielleicht auch mal gucken. Das ist schon mein Buch. Mein Buch, Werbentabellen auf Lützebäu ist. Die französische Version, nicht die englische Version. Die französische Version. Ich habe es an den Internet gesagt, aber noch nicht komplett. Nicht der ganze Buch. Chapter by Chapter. Los, los, los. Das ist viel überwärts. Da muss ich vor mir das hier reden. Er kann er als Boutique mal 100 anstehen. Also. Alexander. Ich verstehe das nicht. Love is in the air. La, 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 la. Zeit ist noch nicht komplett. Es ist Work in Progress. Es ist ein Projekt. Es ist ein Projekt. Es ist ein Projekt. Es ist ein Projekt evolutiv. Also. Mein Name ist Grammar.lu Grammar.lu Maja. Wenn ich dann auf Grammar.lu gehe. Was passiert dann? What happens? So. Das ist also eurem Learning Apps. Andere hat ein Index. Letztens mache ich Grammar von A bis Z. Ja. Weil sonst finden sie nicht mehr. Das ist mir einfach mit dem Alphabet da drin zu fanden. Also. Merci für euren Besuch hier auf Grammar.lu Das ist Grammar.lu Grammatik.lu Das wird die Deutsch-Version. Also. Die funktioniert dann nicht. Also Grammar.lu Die Englisch-Version funktioniert dann nicht. Exerciz.lu Das funktioniert. Und dann nur da halt ein Index. Mit der Grammar. Also da ist die Artikel. Die haben wir alle gesehen. Die bestimmte Artikel. Und hier die Französische Übersetzung. Die Artikel définit. Die bestimmte Betäune Artikel. Die Negationspartikel. Die Adjektive. Les Adjektiv Epitheth. A gauche. Die Heischen übrigens Attributiv Adjektive. Am Deutschen. Ça c'est marrant. Les Adjektiv Epitheth s'appellent attributiv Am Deutschen. Et les adjectifs attributs en français s'appellent prédicatifs Am Deutschen. Just to make matters worse. Bon. Die Grammatikale.lu Die Adjektiv Epitheth. Die Genitiv. Die Adjektiv Epitheth. Justo Vubloas. Du könntest auch schon gucken gehen. Die Einer köchst und die Musiker ausfüllen. So the other ones I still have to fill. Nimm. Les Noms. The Names. The Genus. Männlich, Weiblich, Sechlich. Les Pronoms Partitifs. Habt mir ja auch schon gesehen. Syntax. Das ist nicht komplett. Das löst. C'est une ébauche. Un bruyant. Die Verbe. Den Indikativ Present. Passt den Composite. Partizip Perfekt. Imperativ Modell. Wir haben die Ungellte schon gemeint. Anagrammatikalisch. Echen Acht. Die Spezifizität. Grammatikal. Autre Partikularität. Grammatikal. Other strange things in our grammar. Den isolierten S. Trägel für mobilen N. Bewegung Positionen. Das ist fantastisch. Den Düble Possessiv. Dann habe ich eine Bibliografie gemacht. Mit all den Seiten habe ich. Mit denen ich geschafft. Und zum Beispiel mit Dösenburg. Paolo Luxemburgo. Von Mechane. Für eben können das. Die Seiten zu entwickeln. Und wir haben uns dann noch ein paar. Verschiedenes. Anna Linken. Die ich hölle für Sprache spiele. Kreuzfahrt Rätsel. Und so weiter. Also in Farben. Die ich benutze. Rosa. Weiblich. Hellgring. Sächlich. Hellblau. Männlich. Pluriel als hellgro. Extra. Extra 2. Vola. Sarah Fried. Gehst du nix hier nach Kure für die WDL? Wat für ein Niveau? Ich weiß es nicht. Ich menge nicht. Ich probiere mich nach EU oder bei mir NL sublime. Ich versuche zu bleiben. One more year. One more year. Bei mir NL. S'ils me l'autorisent. If they allow me. Otherwise. I hope I can stay with the Luxemburg city. I don't know. I don't know what's going on. Je ne sais pas trop. Je suis un peu dans le vide. I'm in a vacuum. Did you say like that? Ja. Du schreibst die Litzböck-Gramäer. Mais ich schreibe das Buch. Du hast Englitzböck-Gramäer dran. Ja. Du schreibst die Litzböck-Gramäer dran. Das ist die Tabellen. Das sind die Tabellen. An der Schundelo einfach auf Learning Apps gesetzt. So with the help of Learning Apps I put them online. Zum Beispiel. Was soll ich schweilen? Possessive Artikel. Just als Beispiel. Nominativ, Akkusativ. Mein Hund. Mein Auer. Mein Haus. Mein Hund. Mein Auer und mein Haus. Und dann halt den Dativ. Menge, 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 Menge. Und den Exerciz. Du musst da eben ausfüllen. Je ne vois plus mon Chien. I don't see my dog. Ich guesie. Mein Hund nicht mehr. Und dann. Ich helfe. Ich helfe. Du bist ein Kollege. Ich helfe. Ich helfe. Ich helfe. Ich helfe. Und da wie immer. Wo ist der auch in der Ritz. Knäppchen. Also, dann lohnt es viel bei Rapport zu Exerciz.lu, dass sie dadurch einen Index gemacht haben für die Grammar. Der könnte auch wie geht der? Ich will hier hin gehen. Ja, Index Grammar geht es zurück. Wir können auch auf Exerciz.lu einmal nachgehen. Er ist Exerciz.lu Und du siehst da die Move-Küsten. The Pink Boxes. Das ist alles Grammar. Adjektive, Artikel und Grammar. Du könntest auch so gucken. Du könnt auch so draufklicken. Und da gesehen Ah ja, den Indikativ Fräser. Wie funktioniert das? Ah ja. Le Verbregulier. Ich baue und die Bau ist hier. Wir bauen und die Bau. Und dann die Unregelmäßigkeit. Le Verbregulier. Und dann hast du auch eine kleine Exerciz. Und zum Schluss geht es dir bei den Index. Du kannst dich also für mein bis sowas amusieren. Les Adjektiv Epithet? Haha. Super. Der Adjektiv ist längst. Also muss eine Endung kriegen. Ach, die kleine Definie. ein Neuen Hund, ein Neuen Auer, ein Neuen Taus, ein Neuen, ein Neuen Auer, ein Neuen Häuser. Hat heute ein Blue Jeans Box. Aber selbstverständlich auch am Dativ. Mit einem Neuen Hund, ein Neuen Auer. Der könnt auch auf die Gehle-Knappe schnicken. Da kriegt er die Handys. Da könnt ihr mal direkt gucken, ob das stimmt. Ist schon ein Problem mit einem Engen. Hier im Assesslich sind hier also mit Engem Neuen hier. Und wie immer hier in der Räts. Ich habe schon noch gemacht, ich finde ich accentuiert. Super. Könnt ihr dann hier in der Räts gucken, war da richtig gemacht oder falsch. Voilà. Sarah schreibt, ich bin in der Bräuert. Fert was? Fert was du in der Bräuert? Du musst in Grammar können, Sarah. You need to know your cocaine. Nobody likes my apps. Ich der. Only the lonely. Also, exercice. Galoo, Grammar Index. oder Grammar.lu und du hast den Index. Da das mir einfach wie immer Niveau A1, A2, B1, B1, B2, Du findest dich nicht mehr rum. Das ist just too many. Ja, das ist alphabetisch. Ich hoffe, es hilft. I hope, es hilft. Ja, die Franzosen und Deutsch waren nicht immer an der Geschichte verstanden. Attributiv und prädikativ als ein Drips am Meer. If you say so. Okay, would so sein engfroh? Another question? Dschegueb, das ist richtig. Merci. Es gibt eine Reihe PDFs mit so großen mehr Geschichten. Ah, okay. Merci. Ich bin in der Brühe. Das ist ja. Ich sehe, 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 wo ich drühe. Aber ich sehe, ich sehe, wo ich drühe. Weil, die Flaschkontur ist wieder wegen Corona. Und dann ist alles verbunden. Und dann wir haben Video Chat oder Zoom. Nobody knows what's going on. INL oder WDL Echter INL Plutôt INL Für EU Ich hoffe, dass ich das so 50-50 kann machen Lied Boom Hört zu sehen irgendwo Nach sieben Minuten können wir vielleicht Klang und Exerciz spielen Was für ein Exerciz könnte man da machen Ein Musikvideo Wollt ihr ein Musikvideo machen? Ein Musikvideo quits Hi Pop quits, die Nummer 9 Pop quits Ob Let's Boyage Du hast den Link Wo ich dran sind Richtig Ich bin am Nivell Geht das? Nein, Alexander Das soll man nicht Also Die Lied Dann nehmen wir hier eine kleine Popquiz Und dann müssen wir das ausfüllen Was schreibt er dann hier bei der ersten Frau? Schau doch dann für zu wissen was da fehlt Und zwei Drei Vier Vernerf Sechs Sieben Anders verfertigt Ja Da sind die verschiedenen Optionen Wer will etwas in den Chat schreiben? Oh, ich muss die Kamera machen Ja, sorry Ah ja, ich kann zwar auch Wie geht das schon mal? Ich kann auch So Ja Easy peasy Hi Weiß ich nicht Hi Längs Rät Ich länge eine Bier An die Laut gedreht Es müssen die Beleichtungen sein Ist das zu hell Wenn ich die Laut ausmacht Was schüttern Das ist ganz techter Das ist aber besser Ohne Ja Wie heißt Das Lied Richtig Das ist ein T Weil Lied Das ist sehr schlecht Und dann Das Ja, das Ja, das ist ja dann selber Das Lied heißt These are the days of our lives Datei sind dich von unserem Leben Und dann Für wir haben As Das Lied Für wir haben das ein Dativ Das Lied As von Gruppe Queen As Weibler Und Nur von Könnte Dativ Also As von Dar Gruppe Queen Ja 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 Hier ist Ein Verb Was fehlt Und hier ist Das Verb Partikel Raus Dann ist Das Stamm Verb Kommen Aber Das ist Ein Fro Über Das Vergangen Das Da muss Das Dann Ein Parfait Setzen Und dann ist Wenn ich Komm Das Lied Raus Das Lied Was da noch im Zell wischt Komm Der 5. September 1991 Oh man Der 5. September 1991 Für Und 10 20 Geschwind 30 Jahr Oh Müsse Numero 4 Ja Wie ist De Super De Sänger Für Queen Und dann Ein Für Queen Ist Freddy Mercury An der Kanteine De Sänger Für Queen Ist Freddy Mercury Numero 5 Für Wart As De Video Schwartz Weiss La Video Est En Noir Et Blanc Black And White Video Für Wart Olga Ja Richtig Nummer 5 De Video Oder De De Video As Schwartz Weiss 4 T In Order To Pour Dem Dativ Dativ Das Ein Dublen Possessiv Dem Herr Mercury Sinnkrank Hed Sir So Un H3 Non H3 Non H3 Jeun Pour Mettre En Evidence Sa Maladie in order to underline his disease to emphasize this is this is just a gauge in the net betonen voilà olga fait se for stoppen to hide his sickness pour cacher qu'ils ont fait la vidéo noir et blanc pour cacher sa maladie to hide is this is what as the name mercury the 24 november 1991 gestorven that's a passé composé man höllis ver sin das a changement d'état de quoi et il cd what did he die of u fährt dann hier ein ass jetzt gestorben hier ein ass ja okay nein sonst schreibt um die oma ist nicht dabei das nicht um bleibt danach ja in das und jetzt gestorben den anbleibensten a und dann die lässt froh wat he is you can turn back the clock what does it mean dat he is das eng zeil erst im lit du kannst ex-sandre schade das wo er mir war dat war für andere sechauer lovieren de geishende lovieren zu betonen dem und zwar alles top secret die lässt froh dann haben ob der mannste boutique zu können das terminus verhaut warte ist you can turn back es ist männlich man aids verwandelt um aids das kein artikel das einfach und aids das sind aus un enger grip gestorben hin als un in einem herzinfarkt in einem hirschlag wir sollen das nicht hin als um aids gestorben gibt bestimmt eine erklärung sie wir ja dauer du kannst dauer nicht zurückdrehen merci la merci ja und dann check check dir jetzt knapp schneiden wenn er jetzt bloß knäppchen 3 2 wunderbar alles richtig traurig geschichte traurig schlitt da kommen nichts zurück und dann machen wir mein webcam zurück auf den platz und das geht dann hier und wenn du mal vergisst für heute voilà, der Bananen-Schub mir schmecken der Bananen-Schub wird besser sich zu verstoppen weil wenn den Arf die Bananen gesagt Bananen-Schub voilà so ist das Schluss mein Bananen-Schub merci das war dann bravo Jero merci Sarah also ich sage ich finde uns merci dass ich nicht vergisst zu tun um 9 Uhr das ist ein Dividend ich habe Freude dann bin ich um 13 Uhr zum Zoom mit meiner B2-Klasse bei der WDL du hast dann Alexandre und Sarah vielleicht Katja Giselle und ich weiß nicht wie noch dabei dann bin ich um 21 Uhr um 21 Uhr als nächstes Video-Chat und wir sprechen dann über die Aktualität mit meiner Grammese-Exercise und voilà nächstes extra Spezielles merci Jero für alles bis morgen schlug gut an der Woche mach ich so vielmals merci wir sind immer können immer manche Leute die gucken nach 16 Leuten das ist aber viel merci wie gesagt wie gesagt www.grammeer.lu guckt mal so was du davon erhält was das positiv was das negativ was soll ich ändern was muss ich ändern weil das nicht das Internet an Internet du kannst immer alles ändern bei immer alles ok okay guckt shit Olga merci fit blum au rei tigran ja bis moi hoffentlich 21 tschau tschau